Ja, nochmal kurz diese Perspektive. Es soll noch ein ganz schnelles Video sein und zwar habe ich erzählt, dass ich das Weihnachtsessen am 24. und 25. zubereite hier in Kebler-Wetten im World House und wir haben nicht genug Gäste um die Kosten zu decken. Also wir haben ungefähr 18 bis 20 Gäste und es waren so 30 geplant. Also falls jemand spontan Lust hat, noch irgendwie Weihnachtsessen da zu essen oder Leute kennt, können es auch gerne Bekannten weitersagen und teilen. Ich werde die Infos auch zur Reservierung und zu dem Menü in die Infobox packen. Ich habe es auch in Vegan-Gruppen gepostet. Hier in der Nähe sind Düsseldorf, Duisburg, Mörs Vegan-Gruppen auch schon vor einer Woche oder vor 10 Tagen. Ja, die holländische Übersetzung, also die sind da holländisch selbst und die Übersetzung hat einfach so lange gedauert. Deswegen haben wir es erst vor einer Woche bis 10 Tagen bekannt gemacht. Ich setze auch den Vegan-Nice-Link unten hin. Also es ist bei Vegan-Nice auch gelistet, dass das Essen stattfindet. Und es wäre halt schon super, wenn wenigstens die Kosten einigermaßen gedeckt werden würden. Deswegen mache ich auch kurz das Video. Also falls ihr jemanden kennt oder Lust habt, halt vegan Weihnachten zu essen, was es so auch nicht gibt, besonders ein Heiligabend. Das ist eigentlich schon was sehr Besonderes. Ich packe die Infos, wie gesagt, in die Infobox. Vielen Dank. Ciao.